Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu Alibaba. Zu Beginn des heutigen Videos sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten. Wir beginnen mit Smart Money vs. Daman Yun. Hier setzen sich die Entwicklungen der vergangenen Tage fort. Wir sehen einen weiteren aggressiven Uptick bei den Kleinanlegern. Die kaufen das aktuelle Level, kann man sagen, während die institutionellen Anleger hier eher weiter Positionen abbauen. Ganz wichtig, wir wissen aber auch, dass wenn sich der Markt hier für einen nachhaltigen Aufwärtstrend entscheiden sollte, dass wir dann nicht mehr auf diese Grafik besonders viel Wert legen dürfen. Denn wir haben vor allen Dingen gesehen, zwischen Januar und Februar, wie du unten bei der Indikation siehst, da sind wir wochenlang in einer Phase Seitwärtsgang, wo das Kleinanlegergeld überschwänglich war, während die institutionellen Anleger wirklich am Boden waren, auch 2020 haben wir was ähnliches gesehen. Es ist dennoch wichtig, dass wir auf Smart Money vs. Damanie weiter achten, insbesondere und das ist jetzt eben der Knackpunkt. Wir sind noch unter den kritischen Widerständen und da ist es durchaus mit Vorsicht zu genießen, dass wir jetzt während wir noch mit den Widerständen kämpfen, sozusagen bereits gierige Kleinanleger sehen, Stichwort potenzielle Bullenfalle. Und mit dem Thema potenzieller Bullenfalle, zumindest kurzfristig, setzen wir uns auch heute in diesem Video intensiv auseinander. Natürlich gab es heute die Inflationsdaten, die haben auch zuerst einen Schub nach oben ausgelöst. Dieser Schub wurde dann zum jetzigen Zeitpunkt wieder teilweise abverkauft und er hat vor allen Dingen bei den Indizes teilweise auch interessante Levels getroffen, dieser Schub nach oben. Darüber sprechen wir später im Detail bei den Live-Charts. Was wir hier sehen, ist, dass das kurzfristige Risikolevel jetzt im S&P 500 bei einer 7 ist, also im deutlich erhöhten Bereich, was gerade kurzfristig eine Korrektur oder einen Dip durchaus wahrscheinlich macht. Und auch das mittelfristige Risikolevel sehen wir jetzt wieder bei einer 7 angekommen, also auch im durchaus erhöhten Bereich. Das bekräftigt auch zumindest die Annahme, dass der Markt auf den aktuellen Levels etwas heiß gelaufen ist, dass wir hier möglicherweise jetzt auch lokal keine frischen Long-Einstiege finden. Und wenn wir uns die Indizes anschauen, was wir später bei den Live-Charts natürlich im Detail machen, dann werden wir auch sehen, dass die meisten jetzt am Widerstand seitwärts gehen. Und das ist gefährlich, das wissen wir. Vor allen Dingen, wenn diese Widerstände nicht gebrochen werden können und wenn die Bullen sozusagen ihre Kaufkraft am Widerstand aufbrauchen, dann kann es danach auch nochmal gerne zu einer etwas schärferen Korrektur kommen. Es bleibt also weiterhin ein Markt, in dem es sehr wichtig ist, dass wir uns daran halten. Kaufe, wenn dann am Support und entweder verkaufe am Widerstand oder halte. Kaufe zumindest nicht frisch nach, wenn die Märkte an den Widerständen sind. Was wir hier sehen, ist, dass wir eine extrem kopflastige Rallye erleben im Jahr 2023. Die Top 20 Aktien im S&P 500 sind für über 90% der Kurszuwächse verantwortlich. Wir sehen hier, dass die Top 5 Aktien im S&P bereits deutlich über 1,2 Billionen US-Dollar an Market Cap hinzugewonnen haben. Die nächsten 15 Aktien kommen insgesamt noch auf einen Zuwachs von knapp 800 Milliarden US-Dollar. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die dann folgenden 480 Unternehmen schaffen es insgesamt gerade mal auf einen Zuwachs von ca. 300 bis 350 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Und die große Frage, die natürlich im Raum steht, die ich mir selber auch aktuell stelle, ist das wirklich nur eine absolut kopflastige Rallye, die komplett in sich zusammenfallen wird, sobald eine Apple, eine Microsoft oder eine Alphabet mal stärker korrigieren wird? Oder ist dann eben Zeit, auf die Small Caps zu achten? Und das ist eigentlich auch direkt eine Frage, die ich mal an euch stellen möchte, wo ich auch sehr gespannt bin auf die Antworten in den Kommentaren. Was denkst du, schmiert der Markt komplett ab, wenn eine Apple, Microsoft oder eine Alphabet mal ein bisschen seitwärts geht oder gar korrigiert? Oder denkst du, dass dann eben die Zeit gekommen ist für die Aktien aus der zweiten Reihe? Wenn man sich die Positionierung am Markt anschaut, könnte man möglicherweise sogar davon ausgehen, dass wir vor einer möglichen Short-Squiz-Rallye stehen. Denn wenn man sich anschaut, wie short der Markt jetzt wieder steht im S&P 500, das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Wir haben jetzt mehr Short-Positionierungen aktuell. Und vor allen Dingen, die sind jetzt auch in kürzester Zeit aggressiv aufgebaut worden. Wir haben aktuell mehr Short-Positionierungen in reinen Kontrakten auf den E-Mini-Future, auf den S&P 500, mehr als 2022, mehr sogar als 2020. So viele Short-Positionen aktuell im S&P 500 Future wie zuletzt 2011. Und das sollte man meines Erachtens übergeordnet, ganz klar übergeordnet, kurzfristig kann ein Markt auch immer überkauft sein in so einem sehr, sehr negativen Umfeld. Kann natürlich auch korrigieren, aber gerade übergeordnet sollte man sich eben das immer vor Augen führen, wie unglaublich Short der Markt aktuell steht. Kurzfristig allerdings ist das Sentiment durchaus wieder ein bisschen freundlicher geworden. Wir sprechen auch regelmäßig über die AAII Sentiments-Befragung. Da hatte ich euch auch gesagt, dass die letzte sehr, sehr bullisch ausgefallen ist. Vor allen Dingen, dass es sehr wenige waren, die noch mit Bearish geantwortet haben. Und hier sehen wir jetzt mal, wie wenig bei der letzten AAII Sentiments-Befragung noch mit Bearish geantwortet haben. 35 Prozent. Und das ist der niedrigste Wert hier bei der AAII-Befragung, seitdem der S&P 500 sein All-Time-High markiert hat. Ihr seht also, gerade diese extreme Rallye in den letzten Wochen hat kurzfristig das Sentiment durchaus aufgehellt. Muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Direkt an den wichtigen Widerständen sprechen wir heute bei den Live-Charts drüber. Übergeordnet im großen Bild. Allerdings haben wir natürlich weiterhin diese extreme Short-Positionierung. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zur Berichtssaison, die ja diese Woche zu Ende geht und am Freitag abgelöst wird von der neuen Berichtssaison. Und wir wissen auch, wer die Earnings-Season jeweils einläutet. Es sind die Banken und da liegt natürlich gerade der Fokus der Wall Street ohnehin drauf. Am Freitag geht es los unter anderem mit JP Morgan, Citibank, Wells Fargo und auch BlackRock. Und damit kommen wir zum Wirtschaftskalender und schauen natürlich die heutige Meldung an, die Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Und das war auch so ein bisschen ein gemischtes Paket, was wir da bekommen haben. In der Breite sieht es durchaus gut aus. Die Headline-Inflation ist mit 5% gemeldet worden, sogar 0,2% unter der Prognose von 5,2%. Und auch im Monatsvergleich sieht die breite Inflation durchaus gut aus, mit nur noch 0,1% Steigerung in erster Linie sind die Energiekosten stark zurückgegangen. Wir wissen aber auch, dass die sehr volatil sind und dass die eben deshalb in der Kernrate keine Verwendung finden neben den Lebensmitteln. Und da sehen wir jetzt, dass die Kernrate nach wie vor bei 5,6% liegt im Jahresvergleich und sich auch im Monatsvergleich nochmal mit 0,4% beschleunigt hat. Also in der Breite, die kann man durchaus mal als Schlagzeile benutzen, vor allen Dingen, weil wir jetzt auch sehen, dass die FED mit ihrem Leitzins bei 5% auf Niveau der Inflationsrate ist. Ganz klar, das sind durchaus gute Nachrichten, was allerdings schon Sorgen macht. Das ist ganz klar nach wie vor noch die klebrige Kerninflation. Heute Abend um 20 Uhr kann es nochmal richtig volatil werden. Da bekommen wir nämlich das FOMC-Sitzungsprotokoll der letzten FED-Sitzung. Wir kommen zum Sentiment und damit auch zum Grund, warum ich gerade kurzfristig so ein bisschen zurückhaltend bin, auch in meiner Positionierung am Markt, obgleich der übergeordneten Extrem-Shorten-Positionierung. Wir haben einen Markt, der aktuell im Bereich der Gier unterwegs ist, mit einem vielen Greet-Index bei 64 und wie du oben rechts siehst, mit einer der bullischsten AA-II-Sentiments-Befragungen in der vergangenen Woche, die wir seit vielen Wochen gesehen haben mit 33% Bullen und nur noch 35% Bären. Ich bin sehr gespannt, wie hier die AA-II-Befragung diese Woche reinkommt. Die bekommen wir in der Regel Mittwochabend, also morgen haben wir die dann im Video. Vielen Greet-Index, 65, 64, durchaus gieriges Wall-Street-Sentiment aktuell. Märkte am Widerstand, das ist für mich durchaus ein Grund, meine Positionierung eher etwas defensiv zu wählen. Was nicht bedeutet, dass man nicht vor allen Dingen auch bei Einzelaktien, vor allen Dingen auch bei den Small Caps immer mal wieder sehr interessante Setups finden kann, wie hier am Beispiel von Scheck. Schöner Doppelboden, auch zuletzt am Support durchaus stark überverkauft. Bei solchen Setups und Szenarien kann man durchaus mit engem Stop-Loss mal was probieren. Komm sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Da poste ich täglich Markt- und Aktienanalysen. Damit kommen wir zur Chart-Analyse und die beginnen wir mit dem Blick auf die Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe, die heute eine ordentliche Range, eine ordentliche Volatilität hinlegt. Das Tagestief haben wir gesehen bei 3,341%. Aktuell steht sie bei 3,434%. Und jetzt legen wir hier mal unser aktuelles Fibonacci-Tool drüber vom Top ans Tief. Dieser Range oder dieses Abverkaufs, dieses Abwärtstrends. Wir sehen hier die Trendlinie, die jetzt aktuell genau Widerstand ist, zusammen mit der 20-Tage-Linie. Und ganz wichtig, den 23er Fibonacci, dieser Downside. Ein Breakout bei den 10-Jährigen aus dem Bereich 3,45, 3,46%. Insbesondere dann hier über 3,5%. Macht für mich dann die Targets auf 3,57, 3,67 und 3,77%. Nämlich das 38er, 50er und 61er Fibonacci. Dort wäre ich dann sehr gespannt, muss ich aber auch sagen, wenn die Yields nochmal deutlich drüber hinausschießen würden. Und ich bin auch gespannt, wie sich ein leicht steigender Zins auf vor allen Dingen auch die Aktienmärkte auswirken würde. Wir wissen, dass das gerade in den letzten Wochen nicht unbedingt das Schlechteste war, wenn die Zinsen nochmal minimal angestiegen sind, weil das nämlich durchaus auch signalisiert hat, dass am Anleihenmarkt ein bisschen Ruhe einkehrt und diese extreme Flucht in die Anleihen etwas Pause findet. Von den Zinsen auf die Staatsanleihen kommen wir zum US-Dollar-Index und der ist nach einer kurzen Rallye jetzt wieder zurück am Support, muss man sagen, und das ist durchaus bezeichnend. Wir haben in den vergangenen Tagen darüber gesprochen, dass man nach einem signifikanten Top im US-Dollar-Index mit Rallye sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass die häufig nur ein Grund sind, weiter abzuverkaufen. Und jetzt aktuell sehen wir in etwa genau dieses Bild. Wir haben hier das Top gesehen, dieses kleinen Gegenversuchs der Bullen an die 20-Tage-Linie und wird jetzt hier wieder aggressiv abverkauft. Ich weiß jetzt auch, ein Fake-Out aus diesem lokalen Abwärtstrend sind jetzt aktuell auch wieder deutlich drunter. Und wie gesagt, der US-Dollar-Index ist jetzt wieder am Support aller Supports, muss man hier fast sagen. Denn unter diesem Level zoomen wir jetzt noch ein bisschen raus von 101,2. Und wenn wir uns hier mal die gesamte Rallye anschauen aus 2021, 2022, da ist hier sehr wenig Support. Gerade diese Phase, in die der US-Dollar-Index reinfallen würde, wenn wir diesen Support brechen, genau das war hier eine der steilsten Phasen der gesamten Rallye. Und du weißt, da senkrecht drauf. Letzten Endes dann gerne senkrecht runter. Die nächsten Supports, wenn diese Zone hier brechen sollte beim US-Dollar-Index, ich habe hier eine Menge Preissalam, wir sitzen bei 101,5. Das wäre dann hier sogar in der Zweistelligkeit vom Dixi. Das wäre hier das 61er und 65er Fibonacci in diesem Bereich zwischen 99 und 98,5. Aber wie gesagt, übergeordnet, aktuell ist der US-Dollar-Index wieder am Support. Was ich aber sagen muss, was mir nicht besonders gut gefällt, der RSI hat hier noch deutlich Platz zur Downside. Und beim MACD sind wir jetzt gerade an einem frischen Kaufsignal abgeprallt mit den letzten beiden Handelskerzen. Also jetzt durchaus hier am lokalen Support nicht die besten Voraussetzungen für die Dollar-Bullen. Im Chart unserer Notenbanken haben wir relativ wenig Veränderungen. Einen kleinen Abtick um 0,4 Prozent ist die Liquidität heute gestiegen. Du weißt, in diesem Chart sind vereint EZB, die FED, die Bank of Japan und die People's Bank of China. Für mich ist hier aktuell eine kritische Zone erreicht. Und was ich hier sehen muss oder sehen will im weiteren Verlauf, ist hier entweder ein Breakout aus diesem Abwärtstrends und dann hier die Liquidität auf neuen Hochs. Und das würde für mich auch ganz klar begünstigen, dass der S&P 500 und auch der Nasdaq auf neue Hochs ausbrechen können. Und wenn wir sehen, dass die Liquidität sich hier verabschiedet, wirklich final verabschieden sollte unter diesem Aufwärtstrend, dann, wenn wir uns das große Bild anschauen, haben einige von euch vor einigen Videos mal geschrieben, das kann doch auch eine wahnsinnig starke Bärenfahne sein. Dann definitiv kann es das. Und wenn die FED oder die Notenbanken hier nochmal in eine weitere Runde reingehen würden, der des Liquiditätsentzugs, dann wäre das auch durchaus nochmal mit brutalen Abverkäufen am Aktienmarkt verbunden. Und deswegen sind wir aktuell in einer Phase, wo wir den Markt handeln, den wir sehen. Und der hat uns die letzten Wochen steigende Hochs und steigende Tiefs gezeigt und zeigt es uns vor allen Dingen auch bei einigen Einzelaktien immer noch. Aber wir haben natürlich im Hinterkopf, dass das Umfeld aktuell durchaus auch kritisch ist. Und durchaus kritisch ist aktuell auch dieser Markt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich diesen Chart schon. Es ist der Witwenmacher unserer Natural Gas Futures. Und da sind wir gestern wieder absolut eiskalt abgeprallt am Top dieser Range. Schauen wir mal gleich hier technisch auch an, ist durchaus ein kleiner Leckerbissen übergeordnet. Ist hier wichtig, ganz klar, kaufe keine Widerstände. Kaufe Support, nämlich die 2 US-Dollar beim Gaspreis aktuell. Hier ist schon mehrfach dreimal wunderbar der Boden gewesen. Und wenn, dann Verkauf für den Widerstand bei 2,24 Dollar. Denn bis der Gaspreis hier nicht wirklich fulminant ausbrechen kann und diesen Bereich hier auch als Support backtesten kann und dann wirklich seine Ziele anlaufen kann, 2,38, 2,50, 2,66, müssen wir hier bei den 2,25 von einem sehr, sehr harten Widerstand ausgehen, der jetzt gestern auch wieder herrlich funktioniert hat. Und der Gaspreis gibt uns hier auch noch ein kleines technisches Schmankerl mit auf dem Weg. Das ist hier ein schönes Dragon-Pattern, ein sehr schönes Dragon-Pattern sogar. Du hast hier deine erste Aufwärtswelle. Hier ist das höchste Wig aus dieser ersten Aufwärtsbewegung. Dann kommst du hier nochmal zurück im Rahmen der nächsten 4-Stunden-Kerze an den Aufwärtstrend. Du kriegst dann oder zeigst uns dann hier im weiteren Verlauf ein 88er Fibonacci-Doppeltop. Und wenn diese Trendlinie dann bricht, dann geht der Markt eben sehr gerne in seine impulsive Welle D. Ein bullischer Dragon ist im Endeffekt, wenn sich das Ganze in einem Abwärtstrend abspielt und du dann eben den Kurs am letzten Bereich vom Abwärtstrend erwischst. Der bearish Dragon ist, wenn das Ganze in einem Aufwärtstrend passiert und du dann eben hier darauf aufmerksam wirst, dass der Trendbruch dann durchaus Konsequenzen haben kann. Deshalb würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn der Gaspreis wirklich nochmal runterkommt in dem Bereich 2,02, um hier wirklich diese Harmonic komplett auszuspielen und hier ein weiteres Mal auch diese Range vor allen Dingen auszuspielen. Aktuell versucht der Markt, wir sehen es auch in dem kleinen Wig zur Downside, hier diese 2,10 Dollar zu halten. Ich bin jetzt hier aber aktuell, muss ich sagen, nicht besonders zuversichtlich, dass das wirklich hier schon final der Support ist oder ob der Markt nicht wirklich doch noch ein weiteres Mal runterkommen möchte in den Bereichen der 2 US-Dollar. Wir kommen zum Goldpreis und der ist hier nach wie vor in unserer Make-or-Break-Zone. Wir haben hier einen lokalen Aufwärtstrend und wir sind auch aus einem lokalen Konter-Abwärtstrend ausgebrochen. Ergebnis war hier ein neues übergeordnetes Verlaufshoch. Wenn wir hier das Fibonacci der Downside uns anzeigen, dann würden wir sehen, dass wir hier genau am 88er Fibonacci lokal abgeprallt sind. Heute gab es nochmal einen ordentlichen Schub nach oben, aber ganz genau hinschauen, minimal tieferes Hoch beim Goldpreis. Ich bin hier lokal aktuell sehr, sehr vorsichtig, was der Goldpreis natürlich ganz klar braucht. Das ist hier ein fulminanter Breakout und dann kommt hier die Attacke auf die übergeordneten All-Time-Heights. Dann sind die Kurse im Bereich von 2,55 bis 2,71 beim Goldpreis, also 2,071, 2,055. Aber hier lokal wäre ich jetzt vorsichtig, muss ich ganz klar sagen, mit frischen Long-Positionen das Chance-Risiko-Verhältnis ans All-Time-High, wo man dann immer mit maximalen Widerstand rechnen muss und wo man sich im Zweifelsfall bei einem Breakout mit Backtest auch nochmal positionieren könnte im Goldpreis. Aber einer denkbaren Downside hier zumindest mal in diesem Bereich um 1900 bis 1920. Das Chance-Risiko-Verhältnis für frische Long-Positionen sehe ich hier aktuell nicht. Insbesondere jetzt heute nach diesem potenziellen Doppeltop. Man muss mit der aktuellen Kerze noch ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass diese Kerzen, die vom Top-Scharf abverkauft werden, insbesondere dann hochgefährlich sind, wenn sie nach oben nochmal aufgelöst werden. Deswegen würde ich jetzt hier vor allen Dingen auf halber Strecke auch nicht unbedingt short reingehen in den Goldpreis. Das ist für mich aktuell ein neutraler Markt, den ich gerne beobachte, muss ich sagen. Weil wenn er uns hier nochmal einen Dip geben sollte in diesem Bereich um die 1900 bis 1940, dann könnte ich mir ja durchaus auch nochmal vorstellen, dass der interessant ist für Nachkäufe. Damit kommen wir zu den Indizes und die beginnen wir wie immer mit einem Blick auf den Volatilitäts-Syndex. Und der geht hier nach wie vor seitwärts und hat heute die gesamte Range mal ausgenutzt zwischen 20. Wir haben den Wix heute auch gesehen, bei 20 hat sich ein weiteres Mal Widerstand abgeholt bei den 20. Support hat die Volatilität aktuell ganz klar hier im Bereich um die 18,2. Das ist hier dieses lokale Tief vom 3. März. Da, wenn er uns drunter bricht, der Wix, dann ist der nächste Support erst wieder im Bereich von den 17,2. Und da könnte sich die Rally natürlich entsprechend nochmal fortsetzen. Dann würde der S&P 500 vermutlich auch nochmal minimal höhere hochscenerieren. Schauen wir uns gleich an bei den Live-Charts. Was wichtig bleibt allerdings völlig klar, habt eine Preisalarme aktuell insbesondere auf dem Bereich von deutlich über 20. Wenn wir diese Bewegung bekommen, dann bekommen wir meines Erachtens auch nochmal vor allen Dingen für Nachkäufe einen durchaus interessanten Tipp am Markt. Damit kommen wir zum S&P 500. Und die schauen wir uns im Tagesschart an und gehen hier mal auch im Detail auf die heutige Tageskehrze. Ein heutiges Tagestief hatten wir bei 4.094 Punkten. Ein heutiges Tageshoch sind wir bei 4.149,5 und damit hat er hier, glaube ich, kann man sagen, dieses Kursziel bei den 4.155, 4.155 Punkten abgeholt. Und wir müssen hier jetzt derzeit durchaus vorsichtig sein und müssten auch auf eine etwas schärfere Korrektur eingestellt sein. Hier die Zielebereich von 4.000 Punkten. Das wäre jetzt hier aus dieser Aufwärtsbewegung ein sehr, sehr bullischer Rücksetzer. Wir haben dann hier das 38er, Fibonacci 50er. Fibonacci zusammen mit der 200-Tage-Linie hier unten sehen wir dann das 61er und 65er. Fibonacci, das sind ja Kursziele, bis zu 3.920 Punkte. Das halte ich denkbar von der aktuellen Situation, wenn wir jetzt sehen, dass der S&P 500 es nicht schafft, hier direkt aus diesem Schwung aus den 4.100 wirklich auszubrechen, die 4.200 zumindest anzugreifen, dieses Top aus dem August 2022 und dann sich aufzumachen ans übergeordnete Kursziel von mir in dem Bereich von 4.300 Punkten. Man muss das hier ganz genau jetzt beobachten. Ich muss auch sagen, jetzt hier für mich kein Ort hier direkt für frische Long-Positionen. Einen Breakout, wer wirklich im kurzfristigen Zeitfenster unterwegs ist, einen Breakout über die 4.160 Punkte, den könnte man sich anschauen. Müsste ein bisschen vorsichtig sein, weil wir auf der linken Seite immer wieder Wicks gesehen haben, die dann abverkauft wurden über diesen Bereich, aber eine Tagesschlusskerze über 4.160 Punkten, die würde ich für durchaus signifikant empfinden, eben für ein fortsetzender Rally dann in den Bereich über 4.200 Punkten. Ansonsten bin ich hier aktuell sehr, sehr vorsichtig, habe noch ein paar Einzelpositionen laufen und übergeordnet, bin ich im Kryptobereich noch etwas stärker investiert. Aber gerade hier bei den Indizes bin ich aktuell eher schwach investiert, weil mir diese Widerstandssituation hier ein bisschen zu kritisch ist, würde aber im Rahmen von so einer Bewegung definitiv ein weiteres Mal aggressiv nochmal zukaufen. Und wie kritisch die aktuelle Marktsituation ist, sehen wir vor allen Dingen im Nasdaq 100. Wir sehen hier eine sehr beeindruckende Doji-Kerze im US-Tech-Index, die ihr Top hat bei einem ganz knappen Fake-Out aus diesem lokalen Abwärtstrend, über den wir gestern gesprochen haben. Und der Boden der heutigen Doji-Kerzen-Range, der ist hier genau im Bereich von 12.900 bis 12.857. Und diese 12.857, die sind sehr, sehr kritisch. Nicht nur waren die jetzt tagelang Support und davor aber auch schon Tage und Wochen lang Widerstand. Das ist das 38er Fibonacci, der gesamten Downside, was der Nasdaq hier verteidigen kann. Und das ist durchaus interessant, macht es aber auch genauso spannend, wenn er das hier loslassen würde, das Level. Dann sind wir hier im Korrekturszenario, wie wir gerade beim S&P 500 drüber gesprochen haben. Und dann halte ich einen Rücksetzer auf diese Aufwärtstrendlinie seit Jahresbeginn für sehr, sehr interessant. Das wären hier nochmal Nasdaq-Kurse im Bereich von 12.650 bis 12.300. Komm sehr gerne auf den Discord und werde 10X-Member für die täglichen Intraday-Marktanalysen, dass du hier wirklich auf dem Laufenden bist. Und einen Breakout, muss ich aber auch sagen, umso länger der Markt hier dieses Level von 12.900 verteidigen kann, umso optimistischer muss man werden, dass hier wirklich der direkte Breakout aus diesem Konterabwärtstrend gelingt. Kursziele muss man ganz klar sagen. Du hast heute im Rahmen von diesem kleinen Impuls durchaus ein kritisches Ziel abgeholt. Du warst hier beim 78er Fibonacci. Dieser kleinen Downside, also Thema Doppeltop, muss er natürlich rausnehmen. Und wenn er hier die 13.200 rausnimmt, dann sprechen wir hier oben, haben wir auch schon seit einigen Tagen jetzt drüber geredet, über das 88er Fibonacci zu dem Top im August. Da ist das Kursziel hier im Bereich von 13.300 bis 13.600. Und das wäre dann hier aber ein Punkt, wo ich den Nasdaq auch nochmal durchaus neu bewerten würde. Das übergeordnet höhere Kursziel, wenn der S&P 500 die 4.300 anlaufen würde, dann würden wir den Nasdaq sogar nochmal sehen bei 14.300 bis 14.600. Darüber sprechen wir, wenn es soweit ist, wenn wir wirklich sehen, wie sich diese aktuelle Situation auflöst. Für mich ist auch der Nasdaq hier aktuell wirklich im Bereich von Gewinnmitnahmen angekommen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Der Dow Jones Index zeigt uns hier eine wunderschöne Preis-Action, hier auch ausgebrochen aus einem schönen Abwärtstrend. Man könnte hier auch mit einem Dragon argumentieren. Die Kapitulation, du kommst zurück zum Trend, höheres Tief und danach gehst du eben in die Aufwärtsbewegung. Und die Aufwärtsbewegung gibt uns jetzt aktuell auch einen Breakout aus den 33.500, 33.680 Punkten. Warum ist das signifikant? Weil hier das 61er und 65er Fibonacci ist der Downside. Wenn du es jetzt schaffst, im weiteren Verlauf dieses Level als Support zu testen, also wir wollen jetzt den Dow Jones kurzfristig nicht mehr sehen unter 33.500 Punkten, dann eröffnet dir das ganz klar die Attacke aufs 78er und 88er Fibonacci. 34.100 bis 34.500 sind dann die Kursziele. Dort müsste man dann mit etwas schärferen Gewinnmitnahmen rechnen. Hier wäre dann auch übergeordnet eben dieser Dragon, also dieses Harmonic Pattern entsprechend abgeschlossen. Gewinnmitnahmen und dann muss man schauen, baut sich danach nochmal eine Welle nach oben auf oder geht es dann in eine etwas schärfere Korrektur. Dow Jones aktuell spannend. Breakout aus der Golden Pocket über 33.500 Punkte. Hier kurzfristig durchaus noch etwas bullish unterwegs. Im Hang Seng Index sehen wir heute leichte Abverkäufe, minus 1%. Wir sehen hier aktuell die 50-Tage-Linie als Widerstand übergeordnetes Bild. Nach wie vor dieser potenziellen inversen Schulterkopf-Schulterformation. Heute der Widerstand wieder an der 50-Tage-Linie, Tageshoch gewesen. Und jetzt sehen wir hier einen leichten Impuls zur Downside. Sind jetzt direkt am wichtigen Support hier im Bereich von 20.000 bis 20.200. Wenn er das rausnimmt, das war jetzt zuletzt keine große Meisterleistung der Bullen, muss man auch ganz klar sagen. Auch ganz knapp ein tieferes Hocheis. Zuletzt kann er hier durchaus durchrutschen. Dann wollen wir den Hang Seng meines Erachtens aber nicht mehr sehen. Deutlich unter der 200-Tage-Linie, nämlich deutlich unter den 19.500 Punkten. Sollte der hier wirklich unter die 19.000 rutschen, dann muss man langsam etwas vorsichtiger werden. Wir kommen zum DAX im Tagesschat. Und das ist hier sehr, sehr spannend. Erinnere dich mal ans gestrige Video. Ich hatte dir gezeigt, dass wir hier lokal höhere Tiefs generieren. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Höhere Tiefs sind immer ein Zeichen dafür, dass jeden Tag mehr Marktteilnehmer in dem Markt unterwegs sind, weil eben die Tiefs des Vortags gekauft werden und nicht mehr zu diesen Kursen zurückgekehrt wird. Und heute gab es dann auch einen leichten Short-Squeeze nach oben. Wurde jetzt aber abverkauft. Neues 52 Wochen hoch wurde abverkauft. Wir sind aber immer noch in unmittelbarer Schlagdistanz, meines Erachtens, hier zum Breakout. Und die Bären wissen ganz genau, wann es eng wird. Wann der DAX heute schließen sollte. Tagesschlusskurse über 15.750 Punkte halte ich für ein durchaus bullisches Signal, muss man hier nochmal sagen. Beim DAX-Kurs Ziele haben wir in den letzten Tagen auch immer wieder angesprochen, die hier noch abgeholt werden können. Du hast die 1 bereits rausgenommen. Der Ankerpunkt des Fibonaccis ist hier bei 15.704. Das Hoch vom 7. März. Da sind wir aktuell bereits drüber. Und die Ziele nach oben sind 16.051, 16.229. Das sind ganz knapp noch keine neuen All-Time-Heiß. Und wenn er sich hier aus diesem Rücksetzer den goldenen Schnitt abholt, das 161er, dann haben wir einen DAX mit neuen All-Time-Heiß bei 16.485. Frische Long-Positionen. Sehr, sehr vorsichtig sein hier oben, bitte meines Erachtens. Und was wir nicht mehr sehen wollen, kann mich nur wiederholen, brich jetzt hier bitte lokal nicht mehr. Diese steigenden Tiefs, ansonsten müssen wir mit einer etwas schärferen Korrektur rechnen. Mindestens nochmal zurück in den Bereich 50er, 20er Tagelinie 15.300. Tipp auf 15.000 halte ich nochmal interessant, auch möglicherweise für Nachkäufe auch dieser Situation. Wenn wir unter 15.000 den DAX nochmal sehen, dann müsste man wirklich vorsichtig sein, weil das hier sehr, sehr schnell nach oben geht. Und meines Erachtens dann hier auch nochmal sehr schnell abgekontert werden könnte. Und über die Wichtigkeit von dieser Kerze vom 20. März brauchen wir uns nicht unterhalten. Eine Tageskerze, die ihn tief gekauft hat und Intraday knapp 4% an Range hingelegt hat, die kann man gar nicht überschätzen. Und seid euch wirklich sicher, sollte der DAX mal unter die 14.400 fallen, dann kann es hier sehr, sehr schnell zur Downside gehen. Weil hier hat sich der Markt committed und darunter sind meines Erachtens eine Menge Stops im Markt. Wir kommen zum Bitcoin im Tagesschart und der hält aktuell die 30.000 US-Dollar. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass die Bullen, die jetzt hier unmittelbar noch bullisch sind, Kurse sehen wollen über Tagesschlusskurse, vor allen Dingen über 30.000 US-Dollar. Das setzt vor allen Dingen die Short-Positionen in diesem Bereich sehr, sehr stark unter Druck. Wenn die sehen, dass der Bitcoin nicht mehr runterkommt unter 30.000, dann halte ich das für ein deutliches Signal. Und vor allen Dingen, was ich sehr, sehr spannend finden würde, jetzt nochmal einen Dip in diesen Bereich und dann diese 28.000 bis 28.300 als Support bestätigen. Da hatte ich eigentlich heute so ein bisschen damit spekuliert, dass im Rahmen der Inflationsdaten der Bitcoin vielleicht ein bisschen schärfer runterkommt. Diesen Bereich würde ich tatsächlich sogar nochmal kaufen für eine weitere Aufwärtsfügung. Müsste man sich natürlich bei diesem Trendbruch dann durchaus möglicherweise auch nochmal ausstoppen lassen. Aber ich finde diese Zone hier wahnsinnig spannend. Wir sind jetzt von der gesamten Downside 2022 beim 23er Fibonacci angekommen. Du siehst hier auch diese massive Reaktion, wochenlange Seitwärtsphase. Der Markt respektiert das Fibonacci zur Downside und demnach ist für mich das nächste Kursziel, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Wenn jetzt hier diese Konsolidierung positiv ausgehen sollte und der Bitcoin bricht hier aus, aus den 30.800, das ist hier so ein bisschen mein Level für den Breakout, dann ist mein nächstes Kursziel 36.000 US-Dollar. Dort müsste man den Kryptomarkt dann aber zugegeben nochmal komplett neu bewerten. Und wie gesagt, aktuell aus dieser Zone heraus einen Dip nochmal in den Bereich der 28.300, 28.400. Einfach nochmal diese ehemalige Widerstandszone als Support bestätigen. Das wäre für mich durchaus jetzt hier nochmal ein spannender Zeitpunkt für einen kleinen Nachkauf. Wir kommen zum Alibaba-Update und die Aktie habe ich heute dabei, weil mir die langsam aber sicher hier durchaus wieder zu gefallen beginnt. Wir sehen sie heute mit minus 5%. Hatte sie zuletzt wunderbar erwischt, da haben wir auch ein schönes Trade-Setup gefahren auf dem Discord für die 10X-Member. Bei dem Breakout aus diesem Abwärtstrend haben wir nahezu die komplette Rally mitnehmen können. Ich habe dann im Bereich von 100 US-Dollar Gewinnmitnahmen getätigt. Die Aktie hat sogar nochmal einen Top gesehen von 105 US-Dollar. Wenn wir uns hier die Downside abmessen, auch ein technischer Leckerbissen. Alibaba hat ganz genau beim 61er Fibonacci hier abgedreht. Und deswegen müssen wir jetzt hier diese aktuelle Zone ganz genau anschauen. Nenne ich mal den Hang Seng Index, möglicherweise auch in der Nähe von Supports. Alibaba kommt jetzt hier in die aktuelle Zielzone rein. 38er Fibonacci der letzten Rally. Messen wir uns nochmal kurz ab, damit du siehst, worum es hier genau geht. 38er Fibonacci von dieser Aufwärtsbewegung. Das haben wir heute gebrochen bei 95,30 US-Dollar. Das nächste Ziel ist jetzt hier die 220-Tage-Linie beim 50er Fibonacci bei 92 US-Dollar. Und dann hier das 61er Fibonacci aus dieser Rallye wäre dann hier nochmal ein Rücksetzer auf die 88 bis 89 US-Dollar. Und eine wichtige horizontale Unterstützungszone. Die laufen wir dann hier auch im Bereich der 87 US-Dollar. Und hier auch sehr gerne die Einladung nochmal. Komm auf den Discord und werde 10x-Member, insbesondere auch für die täglichen Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10x Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen kannst. Und wo ich täglich Markt- und Aktienanalysen poste. Ich bedanke mich und sage Tschau. Ich bedanke mich.